Mit ihrem goldenen Haar und ihrem immer lächelnden Gesicht war Polyana ein zehnjähriges Mädchen, das Freude um sich herum verbreitete. Aber sie hatte ihre Eltern verloren, als sie noch sehr jung war und war seitdem ganz allein. Für einige Zeit lebte sie in einem Waisenhaus. Nach ein paar Jahren holte ihre wohlhabende Tante sie zu sich, um sich um sie zu kümmern. Ihre Tante Fräulein Polly bereitete den kleinen Dachboden für Polyana vor. Das Hausmädchen Nancy freute sich sehr darüber. Hoffentlich gelingt es unserem kleinen Gast, die missmutige Miss Polly aufzuheitern. Als sie zu Hause ankam, weinte Polyana vor Glück. Sie fiel ihrer Tante um den Hals, aber ihre Tante war sehr ernst. Sie nahm Polyana und führte sie in ihr Zimmer. Polyana war fassungslos, als sie die Größe und den Reichtum dieses Hauses sah. Ihre Tante zeigte ihr ihr Zimmer auf dem Dachboden. Dies ist dein Zimmer und Abendessen gibt es um 18 Uhr. Komm nicht zu spät. Polyana mochte ihr Zimmer sehr. Obwohl sie alle anderen Räume im Haus gesehen hatte, fragte sich Polyana nicht einmal, warum ihre Tante ihr das kleine Zimmer auf dem Dachboden gegeben hatte. Um Punkt 18 Uhr saß Tante Polly am Tisch, aber Polyana war nirgends zu sehen. Wo ist dieses Mädchen? Soll ich sie rufen, Miss Polly? Nein. Nach dem Abendessen ging Miss Polly in Polyanas Zimmer und bemerkte, dass das Zimmer leer war. Sie lief sofort in den Garten und teilte dem Gärtner mit, dass sie vermisst wurde. Der Gärtner hingegen zeigte auf einen Stein auf dem Hügel, auf dem Polyana saß. Hastig lief Nancy zu Polyana hinüber und zusammen gingen sie zurück in die Villa. Egal was geschah, Polyana schaffte es immer bei allem eine positive Einstellung zu behalten. Dies verblüffte Nancy und sie fragte Polyana, was ihr Geheimnis sei. Das Fröhlichspiel. Mein Vater hat mir das beigebracht. Als ich jung war, hat uns eine sehr hilfsbereite Frau einmal Krücken geschickt. Als ich nach dem Grund fragte, sagte sie das, solange wir sie sehen würden, wir die Tatsache schätzen würden, dass wir sie nicht brauchen und uns darüber freuen würden. Es ist wegen dieses Tages, dass, wenn immer ich und mein Papa das Gefühl haben, dass wir verzweifeln, wir an diesen Tag denken und einen Grund finden, froh zu sein. Am späten Abend stand Polyana in ihrem Zimmer auf ihrem Bett und weinte hysterisch. Mein Vater, du wohnst bei den Engeln. Ich versuche, unser Spiel zu spielen. Das weißt du, aber wenn du ganz alleine auf einem Dachboden im Dunkeln festsitzen würdest, würde es dir auch schwer fallen, fröhlich zu sein. Am nächsten Tag ging Polyana die Treppe hinunter in den Garten und umarmte ihre Tante. Tante, geliebte Tante, heute Morgen bin ich so dankbar, dass ich am Leben bin. Sagen wir so guten Morgen? Nachdem Tante Polly dies gesagt hatte, drehte sie sich um und ging. Der alte Gärtner beobachtete sie aus der Ferne und Tränen füllten seine Augen. Dann ging er zu Polyana und sagte ihr, wie sehr sie wie ihre Mutter aussah. Zu wissen, dass der Gärtner ihre Mutter gekannt hatte, machte Polyana sehr glücklich. Im Laufe der Zeit wurde das Leben für Polyana in der Villa besser. Sie frühstückte, machte dann gleich mit ihrer Tante ihre Hausaufgaben und nach dem Mittagessen hatte sie bis 6 Uhr Freizeit. Sie erledigte sogar ein paar Einkäufe für das Haus. Eines Tages traf sie in der Stadt einen Mann, der einen langen schwarzen Mantel und einen Zylinderhut trug. Obwohl sie sich bemühte, freundlich zu ihm zu sein, konnte sie nicht verstehen, was der Mann zu ihr sagte. Einige Zeit war vergangen und sie sah denselben Mann wieder. Sie versuchte noch einmal mit ihm zu sprechen. Dieses Mal unterhielt er sich mit ihr. Nancy war verblüfft, denn obwohl der Mann, der Mr. Pendleton hieß, sehr wohlhabend war, lebte er in einem großen Haus ganz alleine und sprach nie mit jemandem. Am nächsten Tag kam Polyana mit einem sehr schwachen Hund nach Hause. Miss Polly sagte kein Wort. Aber am folgenden Tag brachte sie einen Jungen nach Hause. Und Miss Polly war extrem verärgert. Unter all den anderen abscheulichen Dingen, die du getan hast, ist dies bei weitem das Schlimmste. Als ob es nicht genug wäre, dass du alle Katzen und Hunde von den Straßen gebracht hast. Bringst du jetzt auch noch einen Bettler zu mir nach Hause? Ich bin kein Bettler! Nachdem er das gesagt hatte, stürmte der Junge aus dem Haus. Aber Polyana war entschlossen, diesen Jungen von der Straße zu retten. Im September ging Polyana zur Schule. Es dauerte nicht lange, bis sie ihre Schule sehr mochte. Eines Tages, während eines Besuchs, bat Mr. Pendleton Polyana nicht zu gehen und ob sie bei ihm bleiben könne. Natürlich war es für Polyana unmöglich, eine Antwort zu geben. Herr Pendleton erklärte Polyana alles. Als ich jung war, habe ich mich in deine Mutter verliebt. Ich liebte sie so sehr, aber deine Mutter liebte mich nicht. Kurze Zeit später heiratete sie deinen Vater und zog aus dieser Stadt weg. Von diesem Tag an schien Herr Pendleton, sich immer über die Welt um ihn herum aufzuregen. Er zog immer ein langes Gesicht. Aber weil Polyana ihn so sehr an ihre Mutter erinnerte, war es ihm unmöglich, die Welt mit positiven Augen zu sehen. Nur wenn Polyana die ganze Zeit bei ihm war, hatte er einen Grund zu leben. Zieh neben mir ein und wir können gemeinsam glücklich sein. Du kannst mich als deinen Vater sehen und ich werde dich wie meine Tochter behandeln. Aber obwohl ihre Tante es nicht zeigte, wusste Polyana, dass sie sie sehr liebte. Und sie wollte ihre Tante nicht verlassen. Sie wusste nicht, wie sie dies Herr Pendleton sagen sollte. Aber schließlich fand sie eine Lösung. Sie wollte, dass Herr Pendleton Jimmy aufnahm, den Jungen, dem ihre Tante nicht helfen wollte. Und dachte, dass das sowohl Herr Pendleton als auch Jimmy glücklich machen würde und Polyana sie beide öfter besuchen könnte. Herr Pendleton bat sie, ihn nächste Woche zusammen mit Jimmy besuchen zu kommen. Aber nach ein paar Tagen kam es zu einem sehr unglücklichen Unfall. Ein Auto fuhr Polyana an. Als sie am nächsten Tag im Krankenhaus ihre Augen öffnete, war Polyana sehr glücklich am Leben zu sein. Sie wollte nicht, dass ihre Tante sie alleine ließ. Und sie genoss den Moment, als ihre Tante sie mein Liebes nannte. Ein paar Tage später konnte Polyana das Krankenhaus verlassen, aber sie konnte ihre Beine nicht bewegen. Als Herr Pendleton Polyana besuchte, erzählte er Miss Polly von seinem Angebot an Polyana und wie sie das Angebot wegen ihrer Tante abgelehnt hatte. Als sie diese Geschichte hörte, wurde Tante Pollys Liebe für Polyana plötzlich viel größer. Nur um ihre Nichte glücklich zu machen, erlaubte sie den Katzen und den Hunden in ihr Zimmer zu gehen. Sie ließ alles zu, was Polyana glücklich machte. Der Arzt aus der Stadt, auf den sie gewartet hatten, kam nach einer Woche. Nachdem er Polyana untersucht hatte, hatte er eine schlechte Nachricht zu geben. Es tut mir leid, aber sie wird nie wieder laufen können. Oh nein! Als Tante Polly dies hörte, begann sie zu weinen und fiel bald darauf in Ohnmacht. Als Polyana ihre Tante hörte, begann sie hysterisch zu weinen. In diesem Moment stellten sich alle auf bittere, traurige Tage ein. Jeder vergoss Tränen für Polyana. Aber Polyana erzählte jedem, der sie besuchte, von dem Fröhlich-Spiel. Um Polyana glücklich zu machen, beschloss Herr Pendleton, Jimmy zu adoptieren. Als Polyana die gute Nachricht hörte, war sie so glücklich. Tante Polly konnte nicht glauben, dass sie die Einzige war, die das Fröhlich-Spiel nicht kannte. Als sie darüber mit Nancy sprach, erfuhr sie alles. Dann eilte sie schnell zu Polyana hinüber. Also, dein Fröhlich-Spiel? Ab jetzt werden wir dieses Spiel zusammenspielen. Ja, das ist bei weitem die beste Nachricht, Tante Polly. Nach einiger Zeit wollte der Arzt von Herr Pendleton Polyana sehen. Aber es gab ein Problem, weil er vor vielen Jahren einen Streit mit Tante Polly gehabt hatte. Und er hatte seit 15 Jahren keinen Fuß mehr in ihr Haus gesetzt. Aber schließlich kamen sie zu einer Einigung und sie brachten Polyana in ein Krankenhaus außerhalb der Stadt. Herr Pendetons Arzt kümmerte sich um Polyana und sagte, es gäbe Hoffnung. Nach ein paar Monaten erhielt Tante Polly einen Brief von Polyana. Liebste Tante Polly, ich habe gute Neuigkeiten. Meine Therapie ist erfolgreich gewesen. Ich kann endlich wieder gehen. Die Ärzte hier sagen, dass ich bald nach Hause zurückkehren kann. Ich wünschte, ich könnte den ganzen Weg laufen. Oh, wie glücklich ich bin. Alles macht mich glücklich. In der Tat bin ich sogar froh, dass ich meine Beine für einige Zeit nicht nutzen konnte. Wenn dies nicht passiert wäre, würde ich sie niemals so sehr schätzen wie jetzt. Ich hoffe, dich bald zu sehen. Mit Liebe, Polyana 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 Mit Liebe, Polyana